Dazu gekommen ist, dass die Mutter eigentlich ständig krank war. Du bist dann in St. Johann bei Herberstein in den Schul gegangen, und du hast immer erzählt, dass du einem die Schuhe von deinem Bruder vom Korn erzählen, die Saunädernen, und das war ein Bruderweg von Fieberbrändlnach. St. Johannaffe, ja. Aber du bist gern zu Schul gegangen, du bist lieber zu Schul gegangen, weil dein Lehrerin hat abends Mittag eine arme Suppe gezahlt. Die hat dann den ganzen Tag Schule gehabt, bis drei Nachmittag, und dann müssen sie essen, was sie selber mitmachen, oder schauen, was du dann herkriegst. Ihr seid dann wieder weiter gesiedelt nach Söckau, und kurz darauf, wie sie da war, ist dann deine Mutter verstorben. Und dann war das sicher nicht einfach. Jetzt ist der Vater da gesessen mit sieben Kindern. Jetzt ist aber bald wieder eine Frau ins Leben getreten, sprich eine Stiefmutter, die hat allerdings auch noch mal zwei Kinder mitgebracht. Jetzt waren sie neine beim Tisch, und seit dieser Zeit war das halt schon viel. Ja, was hat man damals gemacht? Die haben sie genommen, und haben die da in den Außerberghabe geschickt, zu den Bauern. Quasi, da hast du dein Kost und Fischi gekriegt, für das hast du müssen Kier halten, und sonst arbeiten helfen auf der Landwirtschaft. Wenn man dazu sagen muss, dass du gar nicht gewusst hast, oder der Vater gar nicht gewusst hat, wo du gewusst bist, weil da haben sich die Bauern untereinander von Schach, hat es auf Deutsch gesagt, weil er gerade wen gebraucht hat. Und so ist sie zu drei verschiedenen Bauern gekommen, und hat dort quasi viel gekostet und noch schön arbeiten müssen, und nebenbei auch ein bisschen Schule gehen können. Ja, dann ist der Krier gekommen, und der Reichsarbeitsdienst hat dich ein erstes Mal von der Hunde geführt gebracht, und bist noch die Tür rauf gekommen, und dann noch... Bitte? Steinhaus am Zeichenring. Bitte? Steinhaus am Zeichenring. Ja, du bist mir... Da hast du mehrere Stationen gehabt, nicht? Aber wie gesagt, da werden wir dann Bilder sehen, das sind die ersten Dokumente eigentlich, was du hast noch von deiner Kindheit oder Jugendzeit. Davor haben wir nichts gefunden im Familienarchist, habe ich gesagt, da hast du dann verschiedene Stationen durchlaufen, und ja, dann war der Krieg aus, und bist zurückgekommen, und wieder nach Xelka, wo du dann unser Foto kennengelernt hast. 1950 habe ich geheiratet, und seid ihr in Sechau, einsam, nicht nach Daudendorf, Zimmerkuchen, Karabinette, ganz, in der Stadt. Heisel war es, das war heute die Reikerstädte, das war das Kainzhaus. Dort habe ich dann eine Zeit gewohnt, bis euch die Oma, also sprich, deine Schwiegermutter, geholt hat. Da habe ich gesagt, da ist genug Platz, seid ihr nach Daudendorf, wo wir anderen drei dann auch alle auf die Welt gekommen sind. Ja, wie gesagt, das war sicher nicht einfach, du bist nebenbei arbeiten gegangen immer, und das mit dem Moped, guck dort schon hin. Ich kann mich erinnern, sie sind mit einem blauen Moped zur Arbeit gefahren, aber wenn man dazu sagen muss, eigentlich, wie du angefangen hast, da war die Fabrik, seid ihr noch zu Fuß, da seid ihr nach Fürstenfeld arbeiten gegangen. Mit der Frau hinein, auf Nacht raus sind. Und dann haben sie alle anderen, haben sie dann schon ein Vorrat gekauft, du hast mir das noch für Geld gehabt, weil der das dein Schwiegermutter angenommen hat. Und du bist die einzige übergeblieben, nachdem er noch zu Fuß gegangen ist. Das ist schon gerade im Winter, da habe ich mich auf dem Bier, weil ich durch den Bomberwald habe ich mich noch runtergegangen, weil wenn neben mir eine Hose oder eine Rehe aufgestiegen ist, habe ich mir geklappt, da läuft ja mit. Ja, dann habe sie in der Unterfinst, in die siebziger Jahre, da haben wir angefangen zum Haus bauen. Eigentlich wollten wir 74 einziehen, das hat der Vater nicht mehr erlebt. Die Frau, wenn wir einzig sind, ist sie verschworen, im ersten Fever. Und dann bist du wieder da gesessen. Mit uns wollte ich, aber du hast es trotzdem irgendwie geschafft. Und ich glaube, der Herrgatter gibt da deswegen so lange das Leben, weil du es nicht einfach gepasst hast. Ja, und wir haben da in der Schatzkiste gewühlt und haben da Fotos gefunden von der Familie, von dir, und den wollen wir euch jetzt kurz zahlen. in der Schatzkiste gewühlt. Ja, du hast hier mal gesagt! Danke. Tja, du hast hier. Und du hast hier. Schauen, ich schau dir. Es. Das war ein Reichsarbeitsdienst, oder? Das war ein Reichsarbeitsdienst. Das war ein Reichsarbeitsdienst. Das war ein Reichsarbeitsdienst. Wer reichsam ist, der Schlauchstab? Wer reichsam ist, der Schlauchstab? Das war die schulige Reichsabfahrt mit dem Wohnschiff. Freut mich, sag wer wer ist. Es gibt noch später das Buch zum Film. Ihr könnt es euch noch in Ruhe anschauen. Okay. Ja, ich kenn's euch. Ja. Schau mal auf, wir haben 16 Jahre in Grieken. Nein. Schau, wir schaffen noch. Schau mal auf. 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 Die singen Advent und arr princes. Mach mal auf. Schau mal auf. Schau mal auf. Schritsch. gloves auf. Schau mal auf. Schau mal auf. pinsch, kilometer nach links. Schau mal auf. Die Aufschiedsfeier waren es. 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 Die Aufschiedsfeier waren es.